Der Grund ist simpel, die brasilianischen Nationalspieler strotzen wenige Tage, vor Beginn der Fußball-WM 2018 in Russland nur so vor Leichtigkeit und guter Laune. Nächste Kostprobe gab es am Dienstag im Mannschaftstraining. Anlässlich seines 26. Geburtstags wurde Mittelfeldspieler Philipp Coutinho Opfer einer kuriosen Attacke. Seine Teamkollegen bewarfen den Barca-Start zunächst mit Eiern und rieben ihn dann mit Mehl ein und das mitten auf dem Rasen. Allen voran die Spaßvögel Neymar und Gabriel Jesus gingen mit den Lebensmitteln auf Coutinho los. Der Angriff begann offensichtlich als Coutinho nichtsahnend auf dem Boden saß. Er sprang auf die Mitspieler, flüchteten, er nahm die Einreibung aber mit Humor. Favorit Brasilien bestreitet sein erstes WM-Spiel am Sonntag 17. Juni gegen die Schweiz 17 Uhr im Live-Ticker. Er sprang auf die WM-Spiel am Sonntag 17. Juni gegen die Schweiz 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 18. Juni gegen die Schweiz 17. 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 Juni